So, wir fahren jetzt mit dem Aufzug zum Strand. Ach, das war es schon, oder? Ja, ja. Weißt du, wir fahren jetzt noch da in den Keller rein? Ich dachte vielleicht... Um die Kurve. Um die Kurve. Bis zur Liege, in der ersten Liege lässt er dich raus. Das ist wie die wilde Maus. Bis zum Anschlag, genau. Das Wasser ist heute echt wahnsinnig klar. Schön für euch. Wir denken dann an dich. Und die Uhrzeit? Bist du schon fast nach oben? Schau mal, die haben auch einen Pool am Strand. Schau mal. Sag ich doch, was ist denn? Das hab ich ja auch noch nie gesehen, dass am Strand ein Pool ist. Ach so, du warst ja gestern nicht. Nee, ich war ja gestern nicht. Wahnsinn. Oh, grüß Gott.